Ich lerne Deutsch. Nummer 13729 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Natürlich kann ich dir dabei helfen. Natürlich kann ich dir dabei helfen. Die Maßnahmen dienen primär der Verbesserung der Sicherheit. Die Maßnahmen dienen primär der Verbesserung der Sicherheit. Betont, dass der Hauptzweck der Maßnahmen die Verbesserung der Sicherheit ist. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit einem Picknick im Park. Wir sind nicht nur unterwegs. Manche Abende verbringen wir auch gemütlich vor dem Fernseher. Das Feriengebiet liegt rechts hinter dem Hügel. Wir müssen diese Grafik erneut ändern, damit sie besser zum Text passt. Die Technologie macht Wissen leicht zugänglich. Dadurch wird das Lernen effizienter. Die Technologie macht Wissen leicht zugänglich. Dadurch wird das Lernen effizienter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns das Lernen effizienter. Und gib uns das Lernen effizienter. Und gib uns das Lernen effizienter.